UNTERTITELUNG Es gibt einen Toten. Ja. Drausel Spuren am Hals, darin ist aber nicht gestorben. Wer macht so was Unmenschliches? Unmenschlich? Schlagen Sie die Zeitung auf. Töten quälen ist typisch menschlich. Willkommen zurück, Inspektor Perk. Der Weltkrieg ist verloren. Kriegsheimkehrer kommen in eine Welt, in der nichts mehr ist. Wie es einmal war. Die gnädige Frau ist nimmer da. Wir alle haben geglaubt, sie kommen nimmer da. Er hat wieder zugeschlagen. Was ist passiert? Er wurde übel misshandelt, bevor er in Ohnmacht gefallen ist. Ein Kamerad von ihm. Die Hälfte aller Mordopfer sind Kriegsheimkehrer heutzutage. Und zwei Drittel aller Mörder. Wenn jemand den Fall aufklären kann, dann er. Der nicht getötet oder verkrüppelt wurde in diesem schrecklichen Krieg. Er ist mit einem schweren Dach Schaden zurückgekommen. Er schnitt ihm 19 Glieder an. Kreiner wurde von 19 Holzpflöcken durchbaut. Und ich gehe jede Wette mit dir ein, dass in dem Käfig 19 Ratten waren. Und den haben Sie auch gekannt? Kreiner, Wernfeld, Richter, war der Tod. Die beiden waren in einem russischen Lager. Glauben Sie, der Perk könnte etwas mit der Sache zu tun haben? Kameradschaft, Schützengraben, Romantik. Das kann doch auch die Rückkehr ins Leben sein. Ein neues Leben. Ich traue dem nicht. Sie wissen nicht wirklich, wer Perk ist, oder? Sie sind ihm mit ihren Untersuchungen zu nah gekommen. Ich bin ein anderer Mensch als der da damals in den Krieg gezogen ist. Jahrhundert Jahrhundert